Vor gut einem Jahr ist mit den Vorbereitungen begonnen worden. Bereits mit der Weihnachtspost wurden die Aussteller angeschrieben. Und dabei machten die Mädchen und Jungen auch keinen Halt vor großen Namen, wie zum Beispiel der Europa-Universität Viadrina. Natürlich erstmal mutig sein, selbstbewusst rangehen. Und da es der fünfte Studieninformationstag ist, ist mir natürlich schon bekannt. Um das Informationsangebot für die Hoyers-Warda-Gymnasiasten sozusagen Maß zu schneidern, hatte die Schüleragentur im Vorfeld eine Extra-Umfrage zu deren Wünschen durchgeführt. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Da waren so Berufe dabei, die kennt man gar nicht. Und dann muss man die auch noch ein bisschen auswerten. Dann kennt man sie nicht und das wird dann schon schwer. Auch wenn es die bereits fünfte Auflage der Studienmesse ist, Neuheiten sind auch in diesem Jahr wieder dazugekommen. Uns ist dieses Jahr erstmalig gelungen, dass wir ein Praxispartner und eine staatliche Studienakademie in Kombination da haben. Also die Immobilienwirtschaft wird vorgestellt von der BA Leipzig. Und Praxispartner sind die Lebensräume Hoyers-Warda-Eyfer. Was gibt es noch? Kurzfristig hat sich IBM angemeldet. Das Tolle daran ist, dass das ein ehemaliger Schüler vom Leon-Foucault-Gymnasium ist, der jetzt Wirtschaftsinformatik studiert und gerne IBM über einen Messestand und über einen Vortrag präsentieren möchte. Finde ich eine ganz tolle Sache. Nach der ganzen Vorbereitungszeit wird es jetzt ernst für die Agentur-Mitarbeiter. Dabei wird sich am Dienstag nicht nur zeigen, ob das Programm bei den Schülern gut ankommt, sondern auch, ob bei den Vorbereitungen für die Aussteller an alles gedacht wurde. Ja, also ich bin schon aufgeregt. Es geht eigentlich, da ich letztes Jahr schon mit dabei war und schon so etwa weiß, wie das alles abläuft. Ich bin natürlich sehr aufgeregt und hoffe einfach nur, dass es klappt und dass nichts schief geht. Übrigens, mittlerweile gibt es deutschlandweit mehr als 13.000 Studienrichtungen. Sich dazu entscheiden, sicherlich keine leichte Aufgabe für die zukünftigen Abiturienten.